Unglaublich! Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, ehemals Kinderbuchautor, empfindet seine frühere berufliche Tätigkeit inzwischen als peinlich und hat Maßnahmen ergriffen, um die Erwähnung seiner Autorentätigkeit in den Medien zu zensieren. Diese Handlung stößt auf Kritik und löst Diskussionen über die Angemessenheit und die Gründe für eine solche Zensur aus. Habeck, der ein abgeschlossenes Studium in Germanistik und Philosophie hat und mehrere Kinderbücher verfasste, ist in politischen Kreisen für seine literarische Vergangenheit bekannt. In der Online-Enzyklopädie Wikipedia gibt es sogar einen Abschnitt über seine literarische Laufbahn. Jedoch scheint Habeck zunehmend bemüht zu sein, seine Vergangenheit als Kinderbuchautor aus dem öffentlichen Diskurs zu entfernen. Die Zeitung Junge Freiheit berichtete über dieses Phänomen, das sie als Kinderbuch-Gate bezeichnete. Der Wirtschaftssprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, kommentierte die Situation mit Spott und stellte Habecks Glaubwürdigkeit als Wirtschaftsminister in Frage. Die Kontroverse wurde verstärkt, nachdem das Wirtschaftsministerium auf Twitter einen Kommentar zensierte, der Habeck als Kinderbuchautor bezeichnete. Das Ministerium rechtfertigte diese Aktion mit Verweis auf die Netikette, was jedoch von vielen als nicht überzeugend und als Ausrede angesehen wurde. Kritiker argumentieren, dass die Bezeichnung Kinderbuchautor keine Beleidigung darstellt und dass Habecks Versuch, diese Tatsache zu unterdrücken, unangemessen ist. Diese Situation wirft Fragen über die Tatsache.